Willkommen und hallo bei Einfach Sing Lernen. Heute zum dritten und letzten Teil aus der Reihe, ein neues Lied singen lernen. Erster Teil ging es um die typischen drei Fragen, die ich mir immer wieder stelle in diesem Thema. Teil 2, welche Tonart und wie kann ich an der Problemstelle arbeiten? Und nun im dritten Teil, wie komme ich von einer normalen Coverversion zu meiner Version? Hat natürlich viel mit der Ausgangsbasis zu tun. Wenn du einen Song wirklich covern willst und eins zu eins kopieren möchtest, dann geht es um super viele Details. Das erfordert viel Zeit, aber kann eine coole Übung sein, jedes kleine noch so minimöse Detail zu kopieren und daran zu arbeiten, dass es dann auch so klingt. Auf lange Sicht viel spannender für dich als Sänger und Musiker ist, wenn du deine Persönlichkeit da hinein gibst. Dann klingt der Song immer mehr nach dir und nicht so wie das Cover. Wie schaffst du das? Ich glaube dir wird schon klar, es geht um dich persönlich. Was fühlst du? Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Text liest? Passiert da was oder passiert da nichts? Womöglich findest du den Text total doof. Eine Übung wäre, diesen Text zu übersetzen. Vergiss Google Übersetzung, ich meine deine Übersetzung. Zeile eins ins Deutsche. Wie siehst du diesen Text? Wie interpretierst du das Ganze? Was macht dieser Text mit dir? So eine Art Subtext durch den ganzen Song hindurch. Und dann grabst du mal tief und tief und machst dir wirklich Gedanken zu dieser Thematik in diesem Song. Und du wirst merken, hey, da steckt total viel dahinter. Und wenn es ein Nonsense Text ist, dann wirst du auch etwas finden. Anschließend schnapp dir das Mikrofon und sing den Song nochmal und du wirst merken, wow, das Ganze hat jetzt viel, viel mehr Tiefe erhalten. Jetzt geht es plötzlich um was und nicht nur um Töne. Klar, bei uns Sänger geht es um Töne, aber im Grunde willst du ja was transportieren. Und das ist der Text. Es gibt dazu noch super viele Übungen, die sind jetzt im Video ein bisschen schwierig zu erklären. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Schnapp dir den Link zur gratis Schnupperstunde in der Videobeschreibung. Mein Name ist Andreas Häuser. Ich bin Vocal Coach, wenn du es willst, bald auch deiner. Abonnier meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf der Homepage. Ich freue mich von dir zu hören. Bis bald, dein Andi.